So meine Freunde, und da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge Lego Marvel Super Heroes. Ich hatte in der letzten Folge hier einfach gestoppt und hab euch gesagt, wir gucken, was jetzt hier abgeht. Das machen wir dann jetzt. Für mich war das einfach in dem Moment Raucherpause. Ich musste mal eine rauchen. Ich hab jetzt auch überlegt, ich rauche jetzt einfach währenddessen. Wird ja wohl nicht so schlimm sein. Mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch. Ich werde natürlich so gucken, dass ich nicht ins Mikro puste oder so. Aber mein Gott, es wird halt zu mir. Ich bin der Fade, ich bin Raucher. Fangt am besten gar nicht erst an mit der unsäglichen Sünde oder wie soll ich es nennen. Was haben wir jetzt hier? Was muss ich jetzt hier tun? So, zack. Und habt ihr meinen Zug gehört? Wahrscheinlich nicht. Ich bin so leise, extra für euch. Oh, was geht hier ab? Ach, da haben wir erst beide für. Da brauche ich wieder Wolverine. Habe ich wieder nicht dabei. Sehr schön. Müssen wir dann alles wieder machen danach, ja. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch so. Wir spielen die Story erstmal komplett durch. Und danach wiederhole ich dann die Levels. Wiederhole ich dann die Levels quasi mit diesen einzelnen Sparten, die ich da immer machen kann. Wie chillig auch die Musik hier gerade ist. Was ist eigentlich hier Hydra aus? Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Dein Spinnensinn, was ist das? Eine Wand zum Hochklettern. Boah, diese chillige Mucke, ey. Könnt ihr schon fast wegpennen, ey. Mein Spinnensinn schon wieder. Was ist das? Schon wieder. Zieh, Junge. Jetzt wird sie cooler. Dö, 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 dö. Ich kann überhaupt nicht singen, geschweige denn Sum. Magnetische Kräfte habe ich noch nicht. Hm. Mein Spinnensinn schon wieder. Was ist das? Wait. Hier nochmal. Mein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Achso. Tschüüüüü! Gut gemacht, Spidey. Bäm, 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 bäm. Aber auch nicht. Jetzt aber. Bäm, bäm. Tür auf, Schalter bauen, da muss Strom dran. Was wollt ihr denn? Auf die Mütze und hier auch noch mal einen und da noch mal einen. Oh, da brauche ich den Captain. Ich versuche mich zu konzentrieren und ihr macht diesen Krach! Schnappt sie Jungs! Böhm, böhm, böhm! Guck mal, hier können wir uns einmal aufladen. Zack! Okay. Oh, was geht hier? Oh, Alter, pack doch mal deinen Hammer aus, ey, ist ja furchtbar. Oh, was geht hier ab? Äh, da wird noch was draus. Kann ich da ins Wasser eigentlich? Einmal tauchen, bitte! Kann ja nicht tauchen, oder was? Auch nicht! Türchen, kannst du tauchen? Oh, geht da drauf, Alter! Kann auch nicht tauchen! Schnellig! Ich habe nicht um diesen Auftrag gebeten. So, Strahlen. Was geht jetzt ab? Ist da Stan Lee drin oder nein? Was kannst du dir da? Bist du zu intelligent für? Einmal Moped fahren hier. Der hat doch irgendwo hier soeben gerufen. Der ist ja doch schon immer noch irgendwo hier. Da kann ich noch nicht drüber. Hm. Dann gehen wir mal nach rüber. Was ist denn da für eine Zuckung? Hm. Ja. Hm? Hallo? So. Los, Iron Man und Spinnenmensch. Der Weg ist offen. Hm. Wo zur Hölle hockt's denn nie? Wird für ein Fahrzeug vorbei? Wo ist es? Aber auch nicht drüber. Wir sind jetzt dran. Ich hab meinen Reifen. Oh, nee. Ich hab meinen Reifen. Ich hab meinen Reifen. Der muss doch hier irgendwo sein. Oder dafür brauche ich das Schild. Ach! Ich bin Modok und mein einziges Ziel ist die Eroberung. Nichts kann mein zionischer Schafffeld durchdringen. Bäm, 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 was ist da los? Hm? Ha 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 ha! Hm? Hm? Hey, don't. Move. Ergebt euch meine Macht. Nein! Meine Kraft schließt dahin! Er ist erledigt. Angriff. Noten. Oh, Sau. Lande. Yay! Ich bin noch nicht fertig! Ja sonst... Oh, nein. Looten. Hier komme ich wieder. Oh, nein. Nicht schon wieder. Hey, wieder eins auf die Mütze. Das ist ja auch eine Pfeife. Was glaubst du denn? Wieder... Werfensäge. Oh, das ist small. Und kaputt. Oh. Pfeife, Junge. Fangt ihn schneller. Er hat unser U-Boot geklaut. Nein, hier ist noch Sandy irgendwo. Wir versuchen alles. Nein. Oh, es sind da Schweine, ey. Ich kann innerhalb des Bootes keine Blitze entfachen. Wir sind gefangen. Kommt jetzt. Ich habe eine Sorge, Tor. Meine Telekinese kann Wassermoleküle spalten. Hey. What the fuck? Wie geil. Kack, Knob. So, meine Freunde. So, meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt hier dann mal wieder kurz Folgenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Blin Ange Bye.